Soziallinzog Wir spielen heute als ein Boss Und zwar die Titans aus Attack on Titan Wir versuchen mit ihnen es irgendwie nicht zu schaffen den Story Modus durchzuspielen Und wenn möglich Im Watch Modus gute Charaktere im Kampf zu sehen Leider allerdings sind sowohl die Stage als auch der Soundtrack Broken von diesem Charakter Also ja Also besser gesagt der Soundtrack ist nicht kaputt Aber er ist der offizielle Attack on Titan Soundtrack Und den darf ich nicht abspielen Legen wir los Und müssen als erstes an Ashley vordern Wow Das hat sich beim Test auf Round 1 Ich sagte ja schon Wir haben zwei Titan Wir müssen eine Angriffe zu verflüben Und sehr stark Und sehr stark far Ja 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 Oh, ja. Ja 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 jaaraus alles klar Wie? Was? Ich bin auf mich. Wie? Wollt ihr denn? Ich bin auf mich. Wollt ihr denn? Wollt ihr denn? Wollt ihr? Wollt ihr? Ja. Wollt ihr? und er wird aufgefuttert ja ich lasse jetzt keine attack on tight musik ablaufen und als nächstes kommt ich glaube die charakter hatten wir noch gar nicht ich glaube den habe nicht vergessen ja auf ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 NANDO! Futtert! Okay, der hat nur was gesagt. Kein Problem. Lass die dran. Jetzt macht irgendwie Spaß für die Titans los. Aber als Boss wird das schwer. Auf den Yagos Day. Round one. Fight. Ein komplett schwarzer Boss. Und wir haben wieder einen Titan verloren. Oh, wir können auch die Kinder schnappen. Loser. Wir haben einen sehr guten Glück von. T-Tänker. Oh, und wir haben gewonnen. Attack on Titan wins. Da man nix von den Schein ist, meinst du kann doch nicht AFK 18? Nix time I gonna stop that! Nix time I gonna stop that! Nix time I gonna stop that! Oh no! I'm gonna have to make my gear! Nix! I win! Keep it up! Just keep it up! I think... That's it! That's it! That's it! Yes! Keep it up! Just keep it up! Oh I think I broke something! Faster than it! Ja, das glaube ich auch! Somebody dial down you button run! Nix time I gonna stop that! Nix time I gonna stop that! Nix time I gonna stop that! Nothing can stop me now! Is there a veterinarian? Catch out that! That's it! You're gonna stop that! Field time! Go for Baroque! A bit of grace! That's it! Ooh, I think I broke something! Oh, I think I broke something! My contractor's not mentioned pink! Yes, wir haben ihn. Der Blick. Yo. Ich bin so ein Monster. Junge, ich bin so ein Monster. Ich zerstöre einen nach dem anderen. Jetzt ist ein Kung-Fu-Girl dran. Uff. Ein Englisches. Es ist die Cat-Stage. Wir haben uns rausgespielt. Nein. Was ist denn? Es ist die Cat-Stage. Da kommt noch mehr. Ok, ich hab'n Treffer gelangt, aber ich hab' nicht genau auf meine Zeit. Oh, da ist er! Am Rand! Hier hört man auf, weil die Boss ist seit unendlich wieder! Hier! Hier! Treffer! Ja! Noch'n Treffer! Jetzt, hier kuin Oh! Hier! Hier! Das war's für mich, dass ich wieder wunderschneidens entdeckte mich, weil die Effe wüsste. Ich hoffe, dass es jetzt aus wird. Noch, dass sie nicht realisiert, dass es Ende ist. Game, it's over. Game, it's over. Game. Ich würde wirklich aufhören. Wir wüsste alle Dinger, dass ihr erwartet bist. Alles zu Ende ist. Guck, Guck, merkt es nicht. Oh, Round One. Ich komme euch die Runde auf. Mit F. Und sie hängt schon wieder ganz am Ende des Stage. Oh, Momon, sag's dir da. Ich brauche jetzt nur mit dem Fall, Tassel. Also mit dem Stamm passen. Um eben von Fugur zu besiegen. Und der Donnerkampfer. Da? Ah 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 Das gerüstte Dinger. Ah Ah Du der Kerl. Ah 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 Round two Round two Fight gleich mal aufgehalten ok lass mal wieder nach die Ecke warum ist dies nicht so lang? und komm Ruger, die auf die Hitbox ist ganz hinten Treffen ist eben ein CPU, das ist genau wo die Hitbox ist also ein Pixel aber das gab jetzt hier nicht und wieder derselbe Satz und jetzt haben wir Pocketail Sands Round 1 auf den Schuhlof Volltreffer das gehört jetzt raus komm schon her, komm schon her das hört schon her, na stopp man na toll, ich komm nicht mehr hin ich steck ihn fest ja, ich bin verbuggt wieder das passiert, wenn die Stage zu lang ist normalerweise ist ja eine Stage für den Bosskampf gedacht aber die ist broken leider die ist kaputt und hat auch zu dem Attack on Titan Intro Musik ich muss die Runde bezenten round 1 fight komm her komm her komm her murk her endige Lände K.O. ist das letzte ... ... ... ... ... ... ... ... zu nirgends und vor allem im Moment ich hoffe vor Ort er ist so freundlich der Grabmove ist sehr stark Crap ihn Nein Der kommt zurück Das Spiel weiß nicht genau Wo die Titanzimmer sind Das ist leider sehr doof Wir haben unendlich Zeit Das ist auch sehr doof Ja muss nochmal setten und ne Für zum setten sollte man Übrigens F4 Für die die das interessiert Man steuert die beiden jeweils mit dem Button Die beiden Titanen Leider ist er gerade in einem schwarzen Winkel Komm schon her du Sans Jetzt hat er realisiert wo die Hitbox ist Aber zu spät Aufwahl Da bin ich hab' Gehen wir den den auch mal down bitte F3 ist ja alles F2 ist f2 Das muss ich mir jetzt auch aus F2 Da ist zu lange Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Wenn ich jetzt ein Titan bin, bin ich eigentlich jetzt ein Toothclash? Nee, Scherz Scherz Okay, wo kämpfen wir denn? 1 1 Keiner 2 Ich hoffe, sie sind wieder in die Cat Stage. Ich hoffe, die können sich dahin bewegen. Ja. Goku weiß nicht genau, wo es hingeht. Aber er geht immer wieder in die Ecke. Warum kommt der Cat Stage zweimal? Wie viel Pech kann man haben? Kaboom. Es war so, dass der Kämpfer um die Maus geht. Ja. Round two. Fight! Da kommen wir wieder dahin. Das ist nicht zu lange dauert. A-Ton. Dieser Satz, wir haben als Titans gewonnen, den kompletten Arcade-Modus. Mal gucken, wie sich jetzt unsere besten City Booster dagegen schlagen. Ich würde sagen, wir schicken gleich mal die besten Loft, sieben. Und natürlich Nightmare Sparkle. Echt die Titans. Und jetzt haben wir noch mal die besten Loft geht's. Auf einer random Stage Loft geht's. This spell's a tough one, but I feel lucky this time. Here goes. Zeit. Come on. Das kann ja was werden. Ich weiß nicht. Oh Leute, das hat mein komplettes Rooster auseinandergenommen. Mein Komplettes. Ich hab keinen Kämpfer mehr, der stärkste... It's Band Grade. E Du denkst, siebitar mini Re gä verw partieren! introduced Rund 1. Eif. 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 Gute. Das war's. Get down! Get down! Man, I need to go! I need to go to the jungle! Juhu! 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 Aine, Tetsche und Seitenmusik! Juhu! 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 Perfektitionen Anhaltungsgeräusche Perfektitionen Perfektitionen Erachtens. Erachtens. Mehr die Geil, okay, komm rein. Scheiße, das ist echt schwer, das ist echt schwer. Oh nein. Hey, Kohl, geht ganz schön draus. Ich bin noch schon der Facebook-Mord. Bitte ver maybe! Du bist auch schon! Ich bin noch nicht. Ich chili nicht so, das war ich. Der hat auf jeden Fall alles zerstört. Was für ein Part, der ging ab, damit bedankt mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst mal da und bye.